Wir sind jetzt hier in Stonefall und es ist die Hauptstadt von Zanzibar. Obwohl es die Hauptstadt ist, muss man nicht so groß sein. Auch nicht so typisiert. Hm, lecker. Und das sieht dann immer eigentlich besser aus, oder? Doch, ich krieg dann ganz schön Hunger und hätte Bock mir so ein Steak abzuschneiden. Und die ganzen Fliegen und so. So, locker überall Maden im Fleisch. Ja, Proteine. Extra Proteine. Erzähl mal, Mutti, was gibt es hier zu sehen? Das ist hier eine ganz tolle Tür. Hier in Sonntag hat man früher immer zuerst die Tür gebaut und dann erst das Haus. Und je reicher verziert die Tür war, desto reicher der Inhaber und desto wichtiger der Tür. Also das wäre meine Tür. Genau. Wie würde deine Tür aussehen, Linus? Wahrscheinlich vergoldet. Genau. Es ist das Haus der Wunder, weil hier sind ganz wundersame Sachen eingebaut. Fließendes Wasser, elektrisches Licht und Aufzug. Das war 1860, also in deiner Zeit. Hier steht es auch gerade. Hier steht es. Salamu Aleikum. Gott ist groß. Fotos auf YouTube. Na, was los? Es ist leider absolut gar nicht. Hey. Wow. 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 Mh, ganz schlafen. Passend zu Weihnachten haben wir hier Zimt geerntet und Kardamon. Tasty. Applaus Gute. Gute. Das hat nicht so gut geklappt, noch nicht. Der Schlips. Lena ist der Schlipsträger. Schick, schick. Mr. Erdman. Gibt es Vanille-Koffee? Ja, aber mit Zimt. Da hinten geht es auf die Inseln. Und wir machen eine Tour. Aber es ist schon warm. Das ist jetzt noch nicht Plastik. Der ist schon anders. Die Haupttürfütterung am Strand. Alle kommen da an. Wir sind auf dem Barbara-Tree. Und das Besondere an dem Baum ist, dass der in hohl ist normalerweise und der Teufel wohnt da drin. Das war jetzt nämlich die Hölle in der Mitte. Aber der hier ist umgekippt und wächst trotzdem weiter. Obwohl er eigentlich schon gestorben ist. Da wird er nicht auf zu wachsen. Und jetzt ist der Teufel nicht mehr drin? Ja, der Teufel ist wahrscheinlich hier noch in der Gegend. Am weißen. Hm. Interessant. Und der Krebs am Baum. Ja, das ist eine Scheiße. Wie ein echter Loge ist und auch mit den Enten. Lecker Fisch und ein bisschen Mumma. Na Musch, bist du voll gefoodet? Viel zu voll. Das war's. Tschüss, Safari Blue. Heute haben wir ein Buffet. Das heißt, es gibt einmal die Woche, ähm, gibt es lecker Essen hier. Und zwar Suaheli. Und heute ist dieser Tag. Ich habe einen schicken Torban gemacht. Ich hoffe, er gefällt euch. Ähm, ja. Essen sieht ganz gut aus. Und wir nehmen uns einfach mal was. Das heißt, Kite World Wide Tafel mit dabei. Und alle sich dann was vom Buffet nehmen können. Zusammensitzen und dann zusammen was essen. Beim Mio. Mio, mio, mio.